Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zwar gibt es mal wieder ein paar 2v2s, das fängt mir jetzt erst wieder auf, dass wir ja schon wieder welche machen, aber diesmal ist der gute alte Schmocko dabei. Hallo, na? Und das behindert, es ist echt behindert, was wir jetzt machen, und zwar spielen wir gerade verstecken, weil wir haben uns gerade zwei Dacons besorgt und keiner weiß, wie wir die genannt haben, deswegen wird Schmock mich jetzt erstmal suchen. Oh Gott. Aber ich bin gesneakt, ne? Oh Gott, irgendwo am Spawn, ja? Ja, irgendwo am Spawn und ich bin so gespannt, wie du heißt und ich weiß, dass wenn du meinen Namen siehst, dass du so lachen wirst. Ich wette, ich wette, ich werde dich direkt finden. Pass mal auf. Okay, also du bist irgendwo am Spawn, ja? Ja. Das Ding ist halt, dein Name sehe ich halt früher und ich halt. Du hast mich gesehen? Hä? Ja. Du weißt schon, wer ich bin, oder? Ja, Matze. Du bist ne Süße. Vor allem mein Skin, mein Skin ist so random einfach. Dein Skin ist random? Ja, ich hab einfach so... Ja, aber du stehst jetzt nicht in der Masse von Leuten, oder? Nein. Es ist schon heiß. Hier ist ne Spinne? Es ist heiß auf jeden Fall. Es ist heiß, ja? Sag mal, also... Jetzt wird's kalt. Jetzt ist es ein bisschen kalt. Und jetzt? Naja, es ist immer noch ganz schön kühl, wa? Und jetzt? Oh, jetzt wird's aber... Jetzt wird's aber hier... Eisig. Eisig? Ja, Alaska. Ah. Bist du hier irgendwo? Mhm. Bist du da unten? Ne, ich bin auf jeden Fall auf der gleichen Höhe wie du. Bist du auf der gleichen Höhe wie ich? Okay, ähm... Easy FDP bist du nicht? Nein. Bist du Peter Meter? Nein. Peter Meter? Könnte ich aber sein, du sollst dich nicht steigen. Peter Meter. Also ich glaub, das wär's eher nur gewesen. Ja, ist es kalt, oder? Das ist immer noch... So, immer noch... Ah, wer steht denn da? Bisschen kälter auf jeden Fall. Silver Surfer? Nein, das ist mega kalt. Das ist Nordpol da oben. Oh Gott, also... Ja, wie kann ich denn... Okay, warte. Ich... Dreh dich mal. Ah, ich weiß es. Du bist hier irgendwo. Du kleines Plätzchen. Hab ich recht? Ich wusste es! Basita G... Oh Gott. Ich weiß, da hätten wir schon was Besseres einfangen können. Skin? What the fuck? Der ist ja mal richtig geil. Ey, was hast du denn für ein... Ich bin ein Angel-Schmocki. Oh Gott, du hast ja was Schlaues genommen. Ich hab einfach irgendwas... Oh Gott. Ja, ich hab jetzt kurz nachgeschritten. Wollen wir jetzt mal anfangen hier, oder... Ganz kurz. Guck mal auf meinem Skin, ne? Bei der Hose, ne? Ja. Das sieht aus wie so ein Klonkrieger. Stimmt. Ich hab in meiner Hose einen Klonkrieger. Das ist so ein dicken Klonkrieger, oder? Das sieht aber wirklich so aus, oder? Also fast. Jetzt starrst du die ganze Zeit da drauf, oder was? Ja. Aber dein Mantel sieht aber auch so ein bisschen so angepisst aus am Rand. Das ist meine Engelsfarbe. Ach so. Okay. Hallo. Es ist jetzt vielleicht ein komischer Cut, weil das Ganze, was wir jetzt hier am Anschluss aufnehmen, eine Woche her ist. Fragt gar nicht, warum. Ist ja auch eigentlich egal. Auf jeden Fall wollten wir euch nur schnell vor den intensiven Fights, die wir gleich haben werden, unsere Kits zeigen. Und zwar seht ihr schon das klassische Basti-SG-Kit. Ich hab in der letzten Episode super gespielt, könnt ihr euch auch auf jeden Fall angucken. Ihr seht auf jeden Fall, was ja immer beim Survivor-Kit oder Playstyle ist, die Rod. Dann hab ich die Archer-Ability voll gecharged mit 20 Pfeilen. Dann ganz klassisch Prydrow, was ja wie ein FNS ist. Und dann die TNT-Ability, was einfach nur so ein TNT-Ding ploppen lässt, wie es halt auf den typischen SG-Kit ist. Also eigentlich haben wir halt einen Gomme-Kit. Ja. Einen SG-Kit. Genau. Du kennst ja SG nur vom Gomme, ne? Ja. Na genau. Ich bin Gomme-Noob. Nein, schwarz. Okay, was hast du denn für einen Kitschmocki? Ich hab Chuck Norris und Displacer 2. Damit kann ich die Suppen, also wenn ich normal, nicht Quick-Droppe und einfach Hot-Kiehe, kann ich dann mit Displacer einmal in 120 Sekunden die Suppe wieder auffüllen mit normalen, ja, mit Suppe. Die Bowls aufhüllen mit der Suppe. Kannst du nicht Quick-Droppen, oder? Nee, ich kann sie nicht, aber Rusty. Nee, aber ich finde, das Kitsch ganz geil, weil du dann direkt wieder rein kannst mit einer vollen Hotbar. Und wozu Chuck Norris, damit du ein bisschen schwitzen kannst? Ja, der kann noch richtig schön schwitzen. Da kriegt man für jeden Nicht-Crit 0,5 Hertz und weniger Schaden. Also es ist ein bisschen, es ist eher so ein Passive-Abilities, wie Boxer von MC4, okay? So, und ich werde auf jeden Fall dann erstmal auch richtig reinschwitzen mit meinem Archer. Aber, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in ein paar Tooby-Toos. So, da sind wir schon im ersten Fight und ich muss erstmal mein ganzes Inventory ein wenig sortieren. Lass uns richtig schwitzen, Basti! Oh, weh, ich hab das Handtuch schon um. Okay, ich sehe schon, also, was ist das hier für eine Taktik von unseren Gegnern? Ja, die machen auch Schwitzy. Okay. Wieso gab's den an, du Schwein? Schönes FNS hier! Eigentlich gar nicht. Oh, oh! Oh, direkt alle Hunde getötet. Schön. Boah, beide, beide on fire, mein Mann. Okay, wie läuft's bei dir? Ja, so, die FNS sitzen auf jeden Fall on point hier. Jawohl! Oh, gut, das war alles berechnet hier. So, ich mach mal jetzt mal den bisschen Schwitzer hier. Jo, ich mach auch den Schwitzer. Sind das beides Survivor? Ja, beides Survivor. Ja, dann musst du ja ein bisschen. Ich bin ordentlich am Schwitzen, ja. Aber wenigstens hast du ja keinen 1v2. Okay, der Boahime ist auf jeden Fall am Dasein. Ja, das M&S. Ist auch auf jeden Fall nice. Alter, ich muss grad richtig schwitzen. Also wenn's... Allerdings war, was immer schwitzig ist. Ja, also... Wird super, aber... Aber du weißt halt automatisch, dass du halt langen Kampf vor dir hast. Weil du weißt, dass... Aber du weißt auch, dass er bald down ist. Ja. Beim Super weißt du nicht. Genau. Ich schaff das jetzt echt bis zur letzten Suppe, aber du weißt... Okay, jetzt muss er gleich down sein. Okay, sein Teammate geht zu ihm. Ich glaube, der muss echt low sein. Also ich... Oh mein Gott, die gehen beide zu mir? Ja, ich hab's dir auch gecallt. Ey, ich bin fast out of suit. Okay. Oh fuck. 4 Suppen. 4 Suppen. Oh oh. 4 Suppen. Displace hat mich nochmal gerettet. Ich hab nochmal 4 Suppen. Okay. Nein, er ist Cheater. Er ist Cheater. Er ist Cheater. Er crit mir in den Rücken. Ich hab 3 Suppen. Er ist bei mir... Er ist richtig im Boden. Er ist bei mir im Boden, Mann. Bei mir auch. Der kann nichts mehr haben. Geh auf den Druck. Hoffentlich krieg ich jetzt volle Herzen. Schieß ihn ab. Ich hab 4 Herzen. Ich muss abholen. Ich hab 4 Herzen. Jo, geht der andere auf dich jetzt oder was ist los? Nein, nein, nein. Der andere ist slow. Der andere läuft auch nur weg, Mann. Geh auf den hinter dir. Nice. Oh Gott, der andere geht auf mich. Oh Gott, Baba, Baba, Baba. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Ich hab keine Pfeile mehr. 4 Herzen halt. 4 Herzen. Okay, warte, jetzt kommt der Carry. Ich hab 2,5 Bars, Digga. Aber so viel hab ich jetzt auch nicht mehr. Ja, geh auf den hier links. Der kann nichts haben. Der kann nichts haben. Geh auf ihn drauf. Schnell. Geh hinter mich. Geh hinter mich, dass der andere weg... ...dass er nicht auf dich gehen kann. Ja, oh Gott. Bin ich im Haus. Kommt der andere hinter dir? Ja, aber der... Komm, komm. Okay, er rennt auch weg. Okay, dann haben beide low. Beide am low. Beide am low. Ey, was ist denn das jetzt für ein intenses Fight hier? Wasi, bitte, Mann. Bitte. Ja, ich... Was soll ich denn machen? Der erste, der stirbt, der verliebt ist Tuvi Tu. Hinter dir. Oh, mein. Das war jetzt nicht... Nein. Nein. Also... Alter, jetzt kriegt keiner die Herzen, ne? Ja, also es wird spannend. Aber es war eigentlich schlau gemacht. Das ist eigentlich mega schlau. Okay, okay. Ich hab wieder 3 Suppen. Ich hab wieder 3 Suppen. Die Autobahn ist wieder da. Die Aut... Die Mafia? Ja, ganz ehrlich, wir werden den doch wohl hinkriegen. Er muss U-Law haben. Ich hab 4 Suppen. Ja, solange du jetzt nicht in ihn reinläufst, wer... Ich hab wieder 4 Suppen. Wir können jetzt zusammen Tuvi One. Ein bisschen. Das Placer 2. hat mir wieder den Arsch gerettet. Ah, okay. Da musst du aufpassen. Weg, 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 weg. Ja, ich bin... Ich bin ja nicht so... Oh Gott, der geht auf mich. Das war so klar. Schmocki. Was? Der hat... Wie viel hatte der gehabt? Der muss nochmal in Slow-Mo gemacht werden. Der muss nochmal in Slow-Mo. Ich hab's gar nicht richtig realisiert. Was hast du gemacht? Ich hab einen Jump-Crit gemacht. War er One-Hit oder was? 1.9 Style. 1.9 Style. Oh Gott. Ein Hit? Aber geiler Fight. Auf jeden Fall. Also, wir sehen uns gleich im nächsten... So, und da sind wir auch schon im zweiten Fight. Ich muss erstmal hier Arlid Vottik im Inventory aber umsortieren. Oh Gott, ich spiele gegen Maxim und Abstract, Alter. Oh Gott. Ich gehe mal auf Abby. Okay, ich gehe auf Maxle. Okay, die gehen einfach... Okay. Alter, das hat einfach so viel Herzen gehabt gezogen. Was? Sentry Gun? Ja, ist das Sentry Gun? Ist er... Ja. Maxim wieder. Ich will ja nicht mal... Ich will ja eigentlich nicht kämpfen. Ich will ein bisschen weglocken. Hoffentlich kommt er mir hinterher. Ja, guck mal her, Matze. Also nicht du. Ich meine jetzt nicht dich, ne? Ja, ich weiß. Hast du dich jetzt angesprochen? Ich weiß ganz genau, wann du Matze meinst. Ja. Also nicht. Ich glaube, ich muss gerade verschwitzen, weil... Ja, Survivor ist immer schwitzig. Ja, sag, wenn du zu sehr kassierst. Okay. Carriest du mich dann? So wie immer. Oh, Maxim hat gerade einen Sechser-Hit bekommen. Oh, oh. Meinst du, der hackt oder was? Nee. Wie? Ich habe ihm wieder gegeben. Ach so. Ich dachte, oh Gott. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich schon gewundert, als wenn du... Ey, das würde mich freuen, wenn ich... Ja, ich dachte... Ich dachte so... Wow. Ich so, ja. Maxim, du wirst besser. Nein. Ich freue mich natürlich, wenn ich ihn selber angekomme. So, irgendwie muss ich mal ein bisschen... Oh. Aber ey, man. Das ist echt krass, das ist so. Weil das sieht mir sechst, die im Herzen sein. Wie heißt das nochmal? Halt's ab. Centrigun, ja? Die wird voll unterschätzt, die Ability. Keine Ahnung. Aber die ist ja nur pink, ne? Oh, ich habe Maximi. Okay, warte. Ich schaue euch zu, ja. Ja, ich habe den Hochmatzen. Jawoll! Jawoll! Ja, meine lieben Freunde, ne? Also, das war mal ein bisschen 2-2-Experience. Der eine Fight war so krass lang. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das schneiden werde mit dem Pre-Intro. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, auf noch mehr Videos mit dieser reizenden Person auf meiner rechten Seite. Dann könnt ihr einfach eine positive Öffnung da lassen. Ich habe noch eine andere Idee, was auch sehr lustig sein kann für ein Video, was wir mal zusammen machen werden. Auf jeden Fall, ähm, wir streamen ziemlich oft. Deswegen guckt auf Twitter vorbei, auf Twitch vorbei. Guckt auch beim Schmocki vorbei, auf YouTube, auf Twitter, auch auf seinem Twitch. Und würde ich einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein und ciao! Kannst auch was sagen, ne? Nee. Nee, du machst das Outro. Oh, jetzt ist endlich das vorbei. Ich meine ja auch nur so ein Ciao von dir. Ach so. Ja. Jetzt ohne Ciao, aber nach dem... Oh, ciao. Du kannst es doch zeitgleich da einfach so ein Ciao sagen. Oder sind die meine Abonnenten scheißegal? Nein, natürlich nicht. Das ist ja nett. Sag da jetzt einfach Ciao. Okay, ciao!